Mario Götze und Sohn Rom genießen Regen-Quality-Time, der Schirm ist zwar noch ein bisschen groß für Rom Götze 1, der Kleine scheint aber schon ganz genau verstanden zu haben, dass man auch bei düsterem Regenwetter jede Menge Spaß haben kann. Vor allem, wenn man das kühle Nass gemeinsam mit der die Mario Götze genießen darf. Der verbringt seine Nachmittage nämlich normalerweise eher als Kicker bei PSV Eintofen auf dem Fußballplatz. Jetzt hat er putzige Schnappschüsse des Papasonntages veröffentlicht, und die zeigen, Rom ist sein kleiner Minimä. Die gleiche Kuschelwinterjacke, die gleiche dunkle Mähne, das gleiche schelmische Grinsen, Mario Götze und sein Sohnemann sind wirklich aus einem Guss. Zwei neue Schnappschüsse, die der 29-Jährige jetzt bei Instagram gepostet hat, zeigen ihn gemeinsam neben seinem Sohn auf einer überdachten Veranda knien. Die beiden klammern sich an einen Regenschirm. Während draußen die Tropfen nur so vom Himmel fallen. Und dabei fällt auf, Papa und Kind tragen nicht nur die gleichen süßen Outfits, sondern sehen sich auch sonst unfassbar ähnlich, vor allem Rom scheint den Moment zu zweit ziemlich zu genießen, streckt seinem Papa auf dem zweiten Foto schelmisch die Zunge entgegen. Das schlechte Wetter kann seiner allzeit guten Laune offenbar nichts anhaben, Mama Ann-Kathrin hat bei diesem Anblick übrigens nichts als Herzen in den Augen, wie ein Kommentar von ihr unter der Galerie zeigt. Was für eine putzige Regenfamilie! Anblick Untertitelung des ZDF, 2020